Was geht ab, liebe Leute? In dem heutigen Video habe ich zusammen mit der Lina acht Tipps für euch, wie ihr eure Pferdefotos und eure Pferdebilder vielleicht ein bisschen besser bearbeiten könnt und auch die allgemeine Fotografie ein bisschen besser wird. Und ja, ich würde sagen, damit fangen wir jetzt einfach mal an. Ein Tipp, den ihr vielleicht noch nicht so gehört habt, ist, geht selber vor die Kamera mal. Ich habe mich da sehr lange vorgescheut, hatte auch ein bisschen Angst, dass es vielleicht nicht gut aussehen könnte, aber gerade selber, wenn ihr mal vor der Kamera standet und wisst, wie sich das Model fühlt oder eure Kundin oder eure Freundin vor der Kamera, könnt ihr das nachvollziehen und selber eben dann auch gucken, wie macht man das und das besser oder einfach, was sieht gut aus oder wie fühlt man sich dabei, dann kann man viel, viel besser die Person hinter der Kamera nachvollziehen, wenn man einfach selber mal vor der Kamera stand, anstatt sich immer hinter die Kamera zu verkriechen. Weil ich glaube, ganz viele Fotografen sind so, dass die sich alle hinter der Kamera verkriechen und nie vor die Kamera gehen. Tobi meinte gerade zu mir, er ist auch so. Und das müssen wir übrigens ändern, das wird auch geändert. Aber das ist so ein Tipp von mir, geht vor die Kamera. Mein erster Tipp für euch ist tatsächlich, fotografiert so gut wie möglich vom Boden aus, das heißt, geht in eine relativ niedrige Position mit der Kamera ein, da ihr dadurch das Pferd oder das Objekt, was ihr fotografiert, ein bisschen impulsiver darstellen könnt und es wirkt einfach viel, viel professioneller und sieht schöner aus, da ihr meistens auch ein bisschen Gras oder, ich weiß nicht, Laub im Vordergrund von dem Objekt habt und somit eine bessere Tiefenschärfe einfach entsteht. Das heißt, mein erster Tipp ist für euch, geht in die Froschperspektive und versucht eure Objekte von unten zu fotografieren. Mein zweiter Tipp ist, was sehr wichtig ist, ist das Objektiv. Und so ein Grundsatz ist, ein Objektiv ist wichtiger als die Kamera. Ich habe zum Beispiel auch am Anfang auf meiner super kleinen APS-C Kamera noch mit meinem 70-200er fotografiert, weil einfach das Objektiv mehr hermacht. Eine lange Brennweite ist dort besonders wichtig mit einer kleinen Blendenzahl, also eine große Offenblende. Das heißt, viel Licht strömt in das Objektiv, durch das Objektiv in die Kamera hinein. Das macht diesen verschwommenen Hintergrund und diesen tiefen Look aus und das ist sehr, sehr wichtig. In eine gute Kamera kann man dort immer noch investieren im Nachhinein. So, mein nächster Tipp an euch ist, fotografiert im manuellen Modus. Das bedeutet, ihr habt somit die volle Kontrolle über eure Kamera, sei es die Belichtungszeit, den ISO-Wert oder die Blende. Somit könnt ihr alles selber einstellen, um wirklich gute Fotos zu erzielen, denn ein zu hoher ISO-Wert sorgt einfach dafür, dass eure Bilder verrauscht sind. Und das kann ganz schnell mal passieren, wenn man im Automatikmodus fotografiert. Mein dritter Tipp, was für Objektive man für welche Situationen nutzt. Das heißt, wir haben jetzt viel von den 70-200er auch schon geredet. Das ist ein Zoom-Objektiv, welches man vor allem eigentlich in sportlichen Sachen benutzen kann. Das heißt, Pferde in Bewegung, beim Reiten, auf dem Turnier. Dort sind diese Objektive sehr geeignet. Was aber auch eine super Alternative ist, sind Festbrennbalken. Das heißt, das sind Objektive ohne Zoom. Diese Objektive sind sehr knackig scharf. Das heißt, diese Objektive sind besonders gut für Portraitaufnahmen. Das heißt, ihr wollt besonders tolle Porträts aufnehmen mit richtig viel Schärfe, super schönen Hintergrund. Dann würde ich, wenn ihr das Kleingeld habt, noch zusätzlich in eine Festbrennweite investieren. Die macht wirklich viel aus dabei. Außerdem kann ich jedem von euch nur raten, in RAW zu fotografieren. Das heißt, die meisten Kameras geben euch die Möglichkeit, RAW und JPEG zusammen oder nur in RAW zu fotografieren. Ich fotografiere aus platztechnischen Gründen tatsächlich nur noch RAW-Fotos. Diese RAW-Dateien bieten euch im Nachhinein eine viel größere Möglichkeit, die Bilder zu bearbeiten. Sei es den Weißabgleich nochmal anzupassen, die Belichtung nachzuregeln oder abzudunkeln. Und so eine JPEG-Datei, die hat da gewisse Grenzen, da das Farbspektrum einfach von einer JPEG-Datei viel, viel kleiner ist als in einer RAW-Datei. Generell muss man dazu sagen, dass eine RAW-Datei einfach viel flexibler ist, was die Bearbeitung angeht. Sei es, um die Schärfe nachzustellen und zu regulieren als bei einer JPEG-Datei. Der Vorteil natürlich an der JPEG-Datei ist das kleinere Datenvolumen, was ihr einfach mit sich bringt und dass ihr die Bilder sofort verfügbar habt und sie zum Beispiel an eure Freunde oder Freundinnen schicken könnt. Aber ich würde euch definitiv dafür raten, in RAW zu fotografieren, da ihr dann im Nachhinein mit Lightroom und Photoshop, über die beiden Thematiken ich auch schon mehrere Videos gemacht habe, einfach viel mehr aus den Bildern herauszuholen. Mein vierter und letzter Tipp ist ein Fotografenhalfter. Wenn ihr Pferde eben ohne Halfter fotografieren wollt, geht das meistens nicht. Also vor allem noch Sicherheitsgründen solltet ihr nicht einfach ein Pferd im Gelände abmachen und so Bilder machen. Das kann super nach hinten losgehen. Dafür gibt es so tolle Fotografenhalfter. Das zum Beispiel habe ich ganz einfach selber gebastelt. Das funktioniert relativ einfach und das könnt ihr super easy später in Photoshop wegretuschieren. Ihr seid sicher, die Pferde sind am Halfter dran und es kann nichts passieren. Tatsächlich ist mein letzter Tipp, weil ich das letztens bei einer Kollegin gesehen habe, bleibt in Bewegung, steht nicht steif auf einer Stelle und erwartet, dass irgendwie sich das Licht auf einmal ändert oder das Pferd auf einmal einen Geistesblitz hat und wunderbar guckt. Sondern bewegt ihr euch von dem Objekt weg, geht auch mal auf die komplett andere, gegenüberliegende Seite quasi. Vielleicht entdeckt man ja einen neuen Bildausschnitt, der viel, viel schöner ist und so weiter. Das heißt, geht wirklich von links nach rechts, von vorne nach hinten auf das Objekt zu und so weiter. Und dazu muss ich lagen, ist der Tipp, den Lina schon gegeben hat, eine Festbrennweite zu nutzen. Sehr geil, weil da muss man sich aus gezwungenen Gründen einfach auf das Objekt bewegen und man muss vor und zurück gehen und von links nach rechts, da eine Festbrennweite nicht die Möglichkeit gibt, wie man einen 70 bis 200 einfach heran und raus zu suchen. So und jetzt hoffe ich, hat euch das kurze, aber knackige Video gefallen. Wir sehen uns dann im nächsten Video am Sonntag hoffentlich wieder. Und falls ihr noch nicht abonniert habt, dann tut es doch am besten jetzt, aktiviert euch auch die Glocke, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und unten in der Videobeschreibung findet ihr nochmal Linas Instagram-Account, da guckt doch auch unbedingt mal vorbei. Die Frau macht sensationell gute Fotos. Jetzt würde ich sagen, peace, wir sehen uns nächsten Sonntag. Ciao. Mein nächster Tipp ist tatsächlich, fotografiert im manuellen Modus. Das bedeutet... Du hast schon Modus. Ja. Ja, aber er heißt ja manuell am Modus. Du hast einfach nur im Modus gesagt. Im manuellen Modus, okay, habe ich das nicht gesagt? Ja, du hast einfach nur fotografiert einfach im Modus gesagt. Man fühlt sich ein bisschen bescheuert dabei. Ja, ein bisschen, ne? Also so ein kleines bisschen. Das irritiert mich unwahrscheinlich, sonst stehe ich hier komplett alleine, ne? Geil. Ja, ich will was Cooles erzählen. Warum das nicht? Es richtet sich ja an Anfänger. An Anfänger. Das heißt, übernimmt sämtliche Einstellungen an der Kamera selber und überlasst nichts dem Auto... Wie nennt sich das? Autofokus? Ne, Automatikmodus. Automatikmodus. So, Tobi hat gesagt, ich soll fünf Tricks sagen. Ja, genau. Fünf Tipps. Fünf Tipps und Tricks für Pferdefotografie. Ich hoffe, ich erzähle was, was noch nicht so bekannt ist. Noch kurz so. Mach ein, dann mach eine kurze Pause. Okay. Und dann mach den. Ja.